Wie zum Schlumpf ins Zimmer gekommen? Nie, nein. Solche Sachen will ich nicht haben. Nicht, dass ich etwas daran finde, aber in einem Dorf... Sie verstehen, Herr Wachmeister. Das Mädchen ist auch nie gekommen, um den Schlumpf abzuholen. Nein, das heißt, letzten Mittwochabend, das Maichi ist in den Laden gekommen. Ganz blass ist es gewesen. Aber das hat mich nicht weiter gewundert. Weil doch ihr Vater mordet, aufgefunden. Ich habe die beiden dann hier in der Küche... von Abonniert. Ihr wart. Sehr gut. Ich habe das grundsätzlich verpasst. Ja. Aber ich habe das auch in dem... Ich habe das. Ja. Ich habe das. Aber ich habe das. Und da geht es nicht to, ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Und da, wie du es... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020